Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Heute möchte ich euch drei Rezepte vorstellen, die alle nur fünf Zutaten brauchen und super schnell gehen. Wir fangen mit dem ersten Rezept an. Das wird ein Curry sein mit Gelberbsen. Ich fange gleich an zu kochen und hoffe, ihr schaut mir dabei zu. Tschüss! Als erstes habe ich einen Esslöffel von der Yellow Curry Paste genommen. Die Paste braten wir nun ein wenig an. In der Zwischenzeit habe ich bereits die Gelberbsen und die Süsskartoffeln zu gekocht. Die sind nun gar, die geben wir dazu. Wir füllen das auch ein wenig an. Der Rucola kann auch schon rein. Das geht ganz schnell, bis der zerfällt. Und dann haben wir schon die letzte Zutat. Das ist die Kokosnussmilch. Ich habe hier eine 400ml Dose. Ich werde nur die Hälfte nehmen, also 200ml. Und dann lassen wir das Ganze ein wenig köcheln. Nun, wer natürlich möchte, kann noch diverse Gewürze dazugeben. Ich werde noch mit Salz anreichen. Und ein wenig Pfeffer. Und nun, dass das Ganze nochmals 2-3 Minuten köcheln läuft. Das tolle Curry ist nun unser erstes Gericht, das wir innerhalb von 10-15 Minuten gekocht haben. Ich hoffe, ihr kocht es nach. Es schmeckt schon super lecker und ich freue mich sehr, dieses Gericht um essen zu dürfen. Freut euch auf die nächsten 2 Rezepte.